Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Video und heute wieder ein neues Video zum Update. Morgen kommt ihr am 4. Juli das Update. Schreibt mir in die Kommentare wie ihr diese ganzen neuen Update Informationen findet und ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ob ihr diese neuen Karten noch wirklich verwenden könnt, da ihr nicht so hohe Trophäen habt. Also, wir beginnen mit dem Video. Es ist heute eben das 4. Sneak Pick rausgekommen, in dem am Anfang diese Tournaments kommen. Sie gehen von 500 Gems, das heißt ungefähr 5 Euro, bis zu 250.000 Gems. Das sind dann 80.000, 18.000 Euro. Und es gibt viele großen YouTuber, die das dann vorhaben, so das eben zu machen. Das ist eine, was ich eigentlich sehr viel finde, aber ja, jetzt jeden seinen Kaffee. Und was es noch zu sagen gibt, man kann jetzt bei diesen Tournaments Kisten bekommen, vom kleinsten Turnier aus 30 Karten bis zum größten Turnier bei 15.000 Karten. Und ich denke eigentlich, dass diese ganzen Karten, dass man jetzt, ich glaube ich, so gratis Turniers beitreten, bin mir nicht ganz genau sicher. Das werden wir morgen eben im Video sehen. Vielleicht werden wir morgen in einem Video einem Turnier beitreten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder Daumen hoch geben würdet. Und es kommen noch bald wieder, es kommen eben jetzt die längeren Videos. Und es kommt auch bald ein Gewinnspiel. Wenn ihr diesem Video 20 Daumen hoch gibt, dann machen wir... Wenn ihr diesem Video 30 Daumen hoch gibt, kommt in der nächsten Zeit ein Gewinnspiel. Also, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, pao.